Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Wir sehen uns mal oben Klar, äh, lass uns mal schauen. Cool, und wir werden es unterhalten. Wir müssen sie nicht zurückbringen, mit irgendwelchen unnötigen Geräusern. Entstanden. Okay. Okay. They just... Eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you... They eat you. Then whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down outta here. Okay, let's go. Ja, kann ich mich bewegen, ja. Ich hoffe nur in der... Aufnahme aus dem fertigen Video... Merkt man die Scheiße mit den Frames nicht so. Dann öffnen es. Hey man, was machst du? Wir können nicht mehr darüber nachdenken, wenn die Schläge raus sind, für sicher. Okay, dann nicht. Ziegelstein. Ähm... Weißt du, wo ich was hab mit? We searched high and low inside before you guys not here. We went on the old couple who took out of your arms. Are you okay? I'm fine. If the keys aren't in the truck store, think they could be out here. We live in a world where getting up and walking away is an actual possibility. So... True. We have no idea. We have no idea. There's a TV station. There's a TV station. There's a building. There's a building. There's a glade. There's aocus on the roof. Naja, aber da stand Pharmacy. Ich weiß nicht, es könnte jemanden. Sie beginnen zu roten und werden alle cheat-up und... Shut up, Doug. Look at the uniform, though. Er könnte in der Drugstore arbeiten und sterben mit den Zeichen in seinem Büchern. Das würde sehr viel Zeit machen, bis er genug ist, um zu gehen und sehen, ob er die Zeichen hat. Wenn wir irgendwie proveen, dass er hier gearbeitet hat, dann wäre es wert. Ich will sehen, was ich finden kann. Ja, da ist ein heistige Fortifikation-Jab da oben. Ja, das funktioniert nicht. Hey, Mann, was machst du? Wir können nicht mehr darüber nachdenken, ohne dass die Zeichen da draußen sind, sicherlich. ... 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 Ich weiß es, weil ich es habe gesehen. Also, let's go. Whoops. Sorry. Sorry. Da wollte ich ESC zum Überspringen drücken. Okay, dann gucken wir jetzt mal Fernsehen an. So, dann Holzbaumarkt. So, so einfach die sind. Komm, wir müssen jetzt zu dem hin. Ich weiß nicht, dass der Mann hier gearbeitet hat. Und dann können wir versuchen, die Straße zu suchen, um die Chancen zu suchen. Ja, wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung machen soll. Darf ich den einfach reinschicken und dann los geht's. Ich glaube, wir hocken sonst nur rum. Let's go. Geh rein. So, jetzt fahren wir beide rein. Schade. Wahrscheinlich habe ich das, wir, als du gelesen. Naja. Grußkarte. Ne, danke. Batterie. Da ist schon mal wertvoll. Da ist es nur eine, ne? Ich weiß noch nicht, wie ich das Inventar öffne. Ich weiß, hun. Oh, kleiner. Was haben wir hier? Energy Regal. Könnten wir auch nehmen. Ich guck mal eben kurz. Sorry. Nein, 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 nein. Einschauen, nicht Hoppen. Ich will nur STRG wissen, wie man Menü öffnet. Dialog scrollen, Option, Option.